Auch mit 83 geht Gene Sharp noch jeden Tag arbeiten. Langsam läuft er ins Büro. Sein Weg ist nicht weit, denn sein kleines, unscheinbares Backsteinhaus im Osten von Boston ist gleichzeitig der Sitz seiner Albert-Einstein-Institution. Lediglich zwei Angestellte hat das Haus. Ihn und seine Geschäftsführerin Jamila Rakib, die sich morgens erst einmal durch die Anfragen arbeitet. Es gibt wieder mal Übersetzungsanfragen für sein Buch von der Diktatur zur Demokratie für China und Somalia. Solche Anfragen seien nicht ungewöhnlich. Sie kommen von überall, erzählt Gene Sharp bedächtig. Der Amerikaner hat mit von der Diktatur zur Demokratie einen Bestseller verfasst und er vertreibt ihn ohne einen Cent dafür zu kassieren. Das Buch ist ein Leichtgewicht. Es hat nur 93 Seiten. Doch seine Schlagkraft ist in der ganzen Welt spürbar. Von Burma bis Bosnien, von Ägypten bis Zimbabwe. Überall tauchen Scharfs praktische Ratschläge, wie man eine unblutige Revolution durchführt, auf. Wichtigster Tipp, sorgfältig planen. Sein Leitfaden wurde bereits in 28 Sprachen übersetzt. Von diesem Erfolg ist auch der Autor überrascht. Jedes Mal, wenn es in einem neuen Land auftaucht, sagen die Leute, ah, das ist extra für uns geschrieben worden. Geschrieben hat Sharp das Buch von der Diktatur zur Demokratie 1993, nach einer Reise nach Burma. Dort lehrte er heimlich gewaltlosen Widerstand. 198 Methoden dazu hat er gesammelt. Vom Wahlboykott, Hungerstreik und Sitzstreiks bis dahin gezielt, die Zusammenarbeit mit der Regierung abzulehnen. Es gäbe viele Wege, Nein in einem Polizeistaat oder zu einem Regime zu sagen, so Sharp. Finde heraus, wo dein Regime stark ist und wo es schwach ist, erzählt Sharp in einem Trailer zu einem Dokumentarfilm, der in diesem Jahr über ihn erscheinen soll. Und fügt hinzu, jede Diktatur hat ihre Schwächen. Statt Gewalt propagiert er den friedlichen Kampf für Freiheitsrechte. Sein ganzes Leben hat sich Gene Sharp mit gewaltlosem Widerstand beschäftigt. Natürlich das Leben und die Werke von Mahatma Gandhi und Martin Luther King intensiv studiert. Als Jugendlicher erschütterte ihn die Schreckensherrschaft der Nazis. Als er selbst zum Koreakrieg eingezogen werden sollte, verweigerte er den Kriegsdienst und ging dafür neun Monate lang ins Gefängnis. Der studierte Politikwissenschaftler lehrte mehr als 30 Jahre lang in Harvard. 1973 verfasste er sein Hauptwerk Politik der gewaltfreien Aktion. Sharp ist schüchtern, ein stiller Denker. Aber seine Ratschläge werden weltweit beherzigt, bei den friedlichen Protesten in der Ukraine und Georgien, auf dem Balkan und in Ägypten. Er glaubt nicht daran, dass Menschen ohne Waffen in einem Regime machtlos sind. Und diese Botschaft reist um die Welt. Die Regierenden in Venezuela, dem Iran oder in Burma verunglimpfen Sharp. Er sei ein CIA-Agent, der Unruhe stiften solle. Sharp kann darüber nur müde lächeln. Nie würde er mit irgendeiner Regierung kooperieren.